Nächste Haltestelle Nordkamp Ich fahre auf der K-Fahrtstrecke 51 zum Hauptbahnhof und wünsche euch viel Spaß dabei Die Ansage hat gerade nicht gestimmt, das ist der Fischlmarkt Hallo! Guten Morgen! Einen Fahrschein bitte! Dankeschön! Eine Tageskarte bitte! Nächste Haltestelle Nordkamp Das ist der Fischlmarkt! Das ist der Fischlmarkt! Ich habe es vorhin mit mehreren Bussen probiert, dann hat sie es immer aufgehängt. Anscheinend ist das sogar der Einzige, der die Strecke mit Genuss spielt. Guten Morgen! Spiel! Das ist der Fischlmarkt! Das ist der Fischlmarkt! Wie gesagt, ich fahre ziemlich früh los, oder besser gesagt, ich fahre ziemlich früh los. Und wünsche euch so gesagt, trotzdem nochmal viel Spaß! Guten Tag! Nächste Haltestelle Heckenweg Nächste Haltestelle Am Garten Am Garten ich fahr mit dem solare subino 18 die Lenkbus ein Fahrschein bitte eine Fahrkarte bitte einmal normal wie gesagt die Ampeln die sind ein bisschen heller gemacht worden von mir dass man sie auch Nacht gut sieht und auch tagsüber also das finde ich einen guten Mode den habe ich in OMSI-Form von Marcel gefunden wärmstens zu empfehlen Nächste Haltestelle Wehrstraße Burgstraße Drei 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 Nächste Haltestelle Amfass. Nächste Haltestelle. Nächste Fachhochschule. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Hafenstraße. Nächste Haltestelle. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war nur lilla blassgrün, also durchaus nur fahrbar. Guten Tag. Eine Kageskarte, bitte. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Grefrath Hauptbahnhof. Visabus endet hier. Bitte alle aussteigen. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. so das war es auch schon wieder und ich hoffe es hat euch gefallen der springgrad es ist bei manchen bussen so mal manchen nicht als ich entschuldige mich dafür und wünsche ich noch einen schönen tag und tschüss ich 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 Vielen Dank.